hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin mccolm und möchte euch heute das spiel my train arrives vorstellen das spiel könnt ihr über steam beziehen ihr findet den link in der video beschreibung einfach mal reinschauen es wurde bei steam durch die community auch äußerst ich betone äußerst äußerst positiv bewertet und es war für mich ein grund es auch zu beziehen und einfach mal zu spielen und hier vorzustellen in der video beschreibung vom spielehersteller habe ich gesehen dass man wohl vier verschiedene modi spielen kann und zwar ist das wir gehen gleich mal direkt auf spielen genau kampagne überleben evakuierung und entspannung das sind verschiedene spielmodi die einmal wohl zeit begrenzt sind und andere herausforderungen beinhalten ich bin jetzt für das entspannte spiel denn man hat einfach zeit um das spiel vielleicht erst mal kennenzulernen und mal rauszufinden wie dann die einzelnen funktionen sind um den streckenbau zu bewältigen mit gleisen wie man vielleicht die einzelnen züge und waggons positioniert aus dem grund entspannung werde ich hier und starten ja hier kommt auch schon ein tipp im entspannungsmodus gibt es keine bestimmte aufgabe okay passagiere und fracht erscheinen auf den stationen nur dann wenn sie eine route durch diese station erstellen okay ja wenn wir dann sehen also das ist die allgemeine beschreibung entspannungsspiel was sind die ziele spielen und entspannen genau spielen und sich dabei entspannen das sind die ziele die werden wir hier auch erreichen davon bin ich überzeugt ja erstellen sie eine erstellen sie ein verkehrssystem in der stadt und beobachten sie die beförderung von passagieren und fracht alle stationen sind von anfang an geöffnet passagiere und fracht werden auf den stationen angezeigt wenn sie eine route durch diese station erstellen okay hotkeys ja hotkeys scannen wir ganz schnell durch von f1 bis minus plus haben wir alle erfasst klar doch oder so und tipps tipp 4 aus 14 wenn ein zug überladen ist werde langsamer fügen sie lokomotiven hinzu um die geschwindigkeit zu erhöhen okay dann tandem wahrscheinlich um die einzelnen vielleicht dann zu ziehen gewichte besser voran zu treiben okay trieb fahrzeuge oder ne triebwerk fahrzeuge glaube ich heißen die genau unsere übersicht mittels mausrad okay rein und heraus zoomen ja okay links hoch runter und dann habe ich schon gesehen mit glaube ich u und e kann man dann auch so schön die perspektive drehen klasse also ich finde das schon total klasse wie das hier gemacht ist jawohl okay gut dann gehen wir doch mal in den streckenbau über hier bauen sie eine eisenbahn und starten wir haben hier 1 2 4 bahnhöfe hier ist die begrenzung der map also eine recht kleine denn ich habe in der vorschau gesehen da gibt es wohl riesengroße maps die man bebauen kann später das ist so eine anfangs mini 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 ich lerne mit dem spiel umzugehen map würde ich sagen und bauen doch mal hier unsere erste runde dahin auch kostet geld wie wir sehen aber wir haben ja hier wohl 150.000 darum glaube ich startkapital umbauen einfach mal eine das war jetzt zu steil ok dann löschen wir etwas weg und jetzt klappt das auch durch diesen bahnhof weil wir könnten auch hier das geht nicht zu steil wahrscheinlich oder kann man hier noch mal durch hinterdoppelt ach komm wir machen es kompliziert vielleicht kann man hier rum wieder hoch ja ich denke dass ja das war jetzt doch zu optimistisch gedacht wieder etwas weg dann immer noch zu zu steil die kurve ein stück weg rechts rum normal normal rechts rum und durch genau dann kommen wir hier mit einer brücke drüber durch diesen bahnhof und jetzt dann wieder den anschluss finden am startpunkt damit haben wir doch eine runde und ja alle bahnhöfe miteinander verbunden okay dann die strecke hier der route vielmehr route plan kann man bis hier hin wie geht es dann weiter okay auch eine volle runde eine neue route wird erstellt okay läuft klasse dann haben wir hier zug editor lokomotive lokomotive unterschiedliche preise unterschiedliche geschwindigkeiten und die antriebs leistung ja die ist entscheidend ich vermute hier die für güter transport 1500 leistung ob es nun ps sind oder kilowatt steht nicht dabei hier fehlt die einheit und bei geschwindigkeiten auch also ob das nun kmh oder miles per hour oder würstchen sind keine ahnung könnte man ja vielleicht mal dran schreiben ok gut wir nehmen mittel eine mittlere ich entscheide mich für die lokomotive stellen wir mal aufs aufs gleis auf unsere route wagons auch hier identisch ja ok gewichtsunterschiede und geschwindigkeitsunterschiede und natürlich ach genau personenbeförderung 8 6 8 3 kmh dann ich gehe mal von aus den kmh ähm nehmen wir doch den waggon hängen wir mal dran 1 2 3 4 5 6 7 8 stück 8 sollte reichen ok und dann äh weiter spielen ja da fährt schon unsere erste lok mit 8 personenwaggons auf unsere ähm ne auf den ersten bahnhof zu mit 9 potenziellen passagieren die hier warten 12 um mitfahren zu dürfen ja sehr niedlich oh moment das klappt doch nicht so richtig so zusammenspiel zwischen map drehen und reinzoomen und rauszoomen also kriege ich aber noch raus ok damit man es mal schön sieht ja wie weit kann ich eigentlich reinzoomen nee weiter geht nicht also weiter kann ich nicht reinzoomen und äh man stellt fest hier gibt es kein 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 geräusch also kein waggon kein waggon rattern oder vorne von der lokomotive irgendwie ein antriebsgeräusch aber background musik entspannungsmusik ja sehr entspannt sehr entspannt also ich muss ehrlich sagen mich begeistert das spiel warum weil man muss überlegen diese grafische leistung die hier schon zu sehen ist diese kleinigkeiten diese gebäude die der bewuchs die map ja und die auflösung ist klasse und das spiel kostet ja glaube ich gerade mal 3 euro 99 also 4 euro mehr ist das nicht und wenn man vergleicht zu anderen spielen was die so daher zaubern und einen anbieten und dann man das hier sieht für diesen preis ganz klar von mir jetzt schon daumen hoch klasse also es gefällt also mir gefällt das ja 36 passagiere die hier warten bekommen sie alle rein und wir verdienen geld genau also wir machen hier dann auch plus oben mit uhrzeug anzeige sogar zeitzeit bis start des levels 2 min 24 ok gut was haben wir hier oben noch menge der beförderten kuchen ach da kann man dann ressourcen noch dann befördern wie ich hier sehe erdöl container kohle und passagiere natürlich damals 97 bis jetzt unter 13 befördert ja klasse sehr sehr schön ups wir sind zurück kann man denn hier noch eine route aufbauen auch schon machen wir doch einfach mal damit wir vielleicht noch eine zweite route aufbauen können dann abzweig direkt verbindung von hier rüber und dann so eine art parallel gleis oh das war jetzt zu steil ja das war wieder zu optimistisch ein stück weg und dann hier rum und da dran ok und dann machen wir eine route und sagen wir wollen da mal rum und setzen uns eine zweite lokomotive mit 1 2 3 4 5 6 7 8 waggons drauf und dann wollen wir weiterspielen mal gucken was jetzt passiert wie die jetzt fahren fährt er jetzt ja nicht hier auch da rum oder ne der verstrickt seine route ab ok sehr schön 22 passagiere 24 wir sammeln kräftig Geld ein ja wenn die deutsche bundesbahn auch so effektiv arbeiten würde dann nehmen wir die deutsche Bahn AG muss ich ja sagen und auch noch so pünktlich wäre schön was haben wir denn hier links links zugliste ja ok dann haben wir eine übersicht über unsere züge die zurzeit aktiv unterwegs sind dann haben wir routen die werden uns angezeigt gut aber auch mal mit der maus rüber scrollen äh scrollen rüber zu fahren dann sehen wir die routen die wir gebaut haben sehr schön sehr schön und äh was ist das hier ach unsere station und wie viele passagiere da wohl jetzt äh zu befördern sind und warten ja das geht ganz schön schnell wir warten schon wieder 36 dann müsste man also dann wohl nochmal einen Zug bereitstellen oder verlängern aber dann wird das ja zu lang ne ich versuche mal folgendes ich setze einfach nochmal einen Zug auf diese Route drauf mit 1,2,3,4,5,6,7,8 Waggons dann werden die bestimmt dann rechtzeitig abgeholt und diesmal in rot aber ich glaube ich habe hier was gesehen genau hier war das also hier kann man ähm Lokomotiven und Waggons äh in der Zugrichtung drehen und hier gibt es wohl Farben die man vergeben kann momentan haben wir zufällige Farben die wir für die Züge auswählen äh was wird mir denn gefallen äh was nehme ich denn äh äh das hier passt vielleicht ganz gut wie geht das dann ah ok die kann man dann ha auch sehr niedlich direkt anklicken und die Farben verteilen jawohl sehr sehr schön ok und weiter geht's ja also äh macht Spaß also mir macht das richtig Spaß was wir wohl noch nicht bauen können ähm bauen bereitstellen können sind äh Güter Waggons diese Frachtwaggons die sind hier noch nicht ähm in der Auswahl vermute vermute da muss man vielleicht eine gewisse Anzahl vielleicht ein Passagieren erstmal befördern oder kann man hier noch ach hier ist noch was was ist das Upgrades ach hier kann man dann upgraden ok dazu muss ich aber ach steht ne Level erstmal abschließen am Anfang haben wir die ja gesehen am Spielbeginn diese Level die durchgespielt werden müssen ok ja dann sag ich mal erstmal vielen vielen Dank fürs zuschauen wem das gefallen hat hinterlässt mir bitte ein Like oder einen Kommentar und natürlich freue ich mich über jeden neuen Abonnenten wir sehen uns dann im zweiten Teil und äh bis dann Tschüss